Freiheit für den Einzelnen gibt es nur in einem freien, souveränen Österreich. Österreich ist Mitgliedstaat der Europäischen Union, aber kein Befehlsempfänger. Die WHO kann uns etwas empfehlen, entscheiden tun wir selbst. Die internationalen Gerichtshöfe haben sich auf ihre Kompetenzen zu beschränken. Unsere Bundesverfassung gilt. Wir sind neutral und souverän. Wir stehen für Diplomatie, Dialog und Vernunft. Nein zur NATO, nein zu Sky Shield, ja zu unserer umfassenden Landesverteidigung. Wir sind kein Filialbetrieb von irgendjemandem. Mit der FPÖ in der Regierung sitzt unsere Bundesregierung in Wien und nicht in Brüssel. Unsere Festung Österreich hat einen funktionierenden Grenzschutz und wir stehen für den Stopp des zunehmenden Bevölkerungsaustausches durch die permanente illegale Masseneinwanderung. Untertitelung des Zers potentials